hallo ich freue mich dass du dich für mein angebot interessiert und ich möchte dir hier ein bisschen beschreiben um was es geht was du erwarten kannst beziehungsweise wie ich dir helfen kann damit du wieder wirklich freier und leichter deinen weg gehen kannst ja ich möchte gern mit dir eine blockadenlösung machen wenn du dich dafür interessiert das kann jetzt wirklich alle themen des lebens betreffen außer gesundheit krankheit das ist mir gesetzlich verboten aber sonst können wir wirklich alles anschauen wo immer es hakt bei dir wirst du mit mir eine kleine reise unternehmen eine seelenreise in deine tiefen sozusagen und wir werden schauen was wir hier finden es kann was karmisches sein es kann was aus deiner kindheit sein dass vielleicht das innere kind mit uns oder mit mir kommuniziert wenn ich für dich rein schaue das kann wirklich in alle bereiche gehen ich lasse mich da vollkommen führen von der geistigen welt und die engel und ja alle anderen geistigen wesen die sich zur verfügung stellen für diese arbeit werden da sein und werden dir helfen wieder auf den weg zu kommen auf den weg zu kommen den du in leichtigkeit gehen kannst und das betrifft vor allem auch oder betrifft dualseelen auch in größerem maße die ja oft viele themen haben die sie zu heilen haben und aber natürlich auch alle anderen aber nachdem ich ja dualseelen spezialistin bin möchte ich das natürlich auch gerne ansprechen dass das natürlich auch für dich sehr ideal ist wenn du das gefühl hast da steht noch was zwischen euch das fließt noch nicht richtig oder du bist noch nicht in der selbstliebe angelangt du wartest noch immer all diese themen können wir hier anschauen warum das so ist warum du noch nicht ja dich frei fühlst und warum du da vielleicht noch energetisch sozusagen angebunden bist all das können wir anschauen aber wie gesagt auch alle anderen themen auch wenn du nicht eine dualseele hast auch dann können wir die dinge anschauen aber auch vor allem lösen das ist das wichtigste und wie gesagt ich lasse mich da führen von der geistigen welt es ist auch wichtig dass du dann offen bist so wenig erwartungen wie möglich hast weil nur dann kann wirklich heilung geschehen energetische heilung geschehen und das wäre mir sehr wichtig dass ich dir das wirklich vermitteln kann dass du da wirklich neue wege gehen kannst vielleicht also nicht mehr in dieser warteposition bist auch vielleicht bei anderen themen viele warten auf das geld auf eine neue arbeit eben auf einen partner je nachdem und ich möchte da wirklich für dich da sein um dich auf den weg zu bringen und dir zu helfen wir können wahrscheinlich in einer sitzung ein thema lösen wenn du mehrere hast die sitzung dort eine stunde und da bin ich ganz für dich da und ich werde zu und wir werden uns auf die spuren deiner probleme begeben es ist hier keine zukunftsvorausschau sondern es ist wirklich eine arbeit mit dir selbst du tust dir wirklich was gutes damit es ist eine arbeit an der selbstliebe und hier geht es wirklich nur um dich und ich werde für dich da sein und ich würde mich wirklich freuen wenn du das angebot in anspruch nimmst und wenn wir uns ja dann bald hören ich wünsche dir alles liebe alles gute tschüss